Let your face shine upon us. Amen. Genau das ist die Message von heute. Und hast du gewusst, dass die Weihnachtsgeschichte eine der spannendsten Geschichten überhaupt ist? Wir haben sie schon oft gehört, wir haben sie schon oft gesehen, aber in der Weihnachtsgeschichte ist so viel mit drin, dass wir sie heute auch von einer anderen Seite betrachten werden. Und zwar im Kontext, wo wir ganz zurückgehen bis zu Abraham. Hast du gewusst, dass die Weihnachtsgeschichte, also die Geburt von Jesus, zurückgeht bis zu Abraham? Nun, in Tatenwahrheit geht sie zurück bis ins erste Buch Mose. Eigentlich bis ins erste Kapitel. Eigentlich bis in den ersten Vers der Bibel. Denn Jesus sollte sichtbar werden und wird sichtbar auf jeder Seite. Und die Hauptperson der Bibel ist immer Jesus. Und siehst du, nur schon der Aspekt, dass zum Beispiel die Stiftshütte von Mose, der Bau von der Stiftshütte, welche ein komplettes Bild von Jesus darstellte, im Englischen ist es das Tabernacle, also das Tabernacle, diese Stiftshütte, diese berühmte mobile Stiftshütte, das mobile Zelt, das das Volk Israel in der Wüste herumgetragen hat. Der Bau dieser Stiftshütte, die Errichtung dieser Stiftshütte dauerte neun Monate und das war die erste Prophezeiung von der Geburt von Jesus. Denn neun Monate ist ein Kind im Bauch seiner Mutter. Die Stiftshütte, so viele Bilder und andere Bilder sind Bilder von unserem Herrn. Und die Bibel ist voll. Die Hauptperson der Bibel ist immer Jesus Christus. Steigen wir kurz ein, dort wo wir eigentlich die Geschichte von den Kindern heute gespielt bekommen haben, in der Bibel. Und zwar im Matthäus-Kapitel, im zweiten Kapitel. Und wir lesen Verse 1 bis 2 und nachher gehen wir noch etwas weiter und lesen dann ab Vers 7. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Merkt ihr dieses Wort Weise und das Wort Morgenland? Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Dann machen wir einen Sprung zu Vers 7 bis Vers 11. Dann haben wir es komplett hier. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Merkt ihr dieses Wort forschen? Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen. Nun, wir wissen, er hatte keine guten Absichten, mit diesem Wissen etwas anzustehen. Er wollte, ja, Jesus töten. Damit auch ich komme und es anbete. Was für ein Vorwand. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland eben vorher gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und im Vers 11 lesen wir noch. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kind, samt Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und sie brachten ihnen Gaben, Gold, Weihrauch und Mürre. Und das haben wir vorher gesehen. Also weil wir es vorher gesehen haben, ist es einfach, jetzt diese Bilder auch im Kopf zu haben. Das, was uns die Kinder gezeigt haben. Hast du bemerkt, dass die Weisen, dass es bei uns vier Weisen waren? Hast du gewusst, dass es nicht drei Weisen waren? Das ist die Tradition, die einfach überliefert. Es waren drei und die Zahl drei kommt eigentlich von den drei Geschenken. Es waren nämlich nur drei Geschenke, aber nicht drei Personen. Vermutlich war es eine ganze Gruppe von Weisen, die kamen aus dem Morgenland, um das Christuskind zu finden. Erst eigentlich im 6. Jahrhundert nach Christus wurde dazu getan aus der Annahme, weil sie drei Geschenke mitbrachten, dass es drei Personen waren. Aber diese Annahme ist eben falsch. Wir können eigentlich davon ausgehen und wir sehen, weswegen wir davon ausgehen können, dass es eben eine ganze Gruppe war, weil diese Weisen waren auch keine Könige. Auch das wurde erst im 6. Jahrhundert nach Christus aus der Tradition dazu getan. Sie hiesten auch nicht Melchior. Es war auch nicht der Balz. Also es war nicht Balthasar. Und es war auch nicht Kasper. Wir haben den Kasper hier. Nein, es war nicht Melchior, Balthasar und Kasper. Das ist durch die Tradition dazu getan worden. Und es waren eben auch keine Könige, denn das Wort, das griechische Wort für Weisen, ist das griechische Wort Magoi. Und das Wort Magoi ist eigentlich, wenn wir es aus dem Griechischen übersetzen, das bedeutet Magier. Also eigentlich sind drei Magier sind auf Jesus zugegangen und haben ihn gefunden. Und jetzt müssen wir verstehen, was die Bibel mit Magier meint vor 2000 Jahren aus dieser Zeit. Das Morgenland und die drei Weisen aus dem Morgenland waren Chaldea. Denn Chaldea war auch eine ganze Region. Und die Chaldea waren darauf spezialisiert, die Himmelsgestirne zu deuten. Sie konnten die Himmelsgestirne lesen. Übrigens, Abraham konnte das schon. Abraham hatte die Fähigkeit, weil auch er und seine Vorfahren aus Chaldea kamen, er hatte die Fähigkeit, die Sterne zu lesen. Und jetzt aber nicht als Astrologie, sondern als Astronomie. Und die Astronomie ist auch bis heute eine anerkannte Wissenschaft. Mit anderen Worten, wir werden nachher noch darauf eingehen, als Gott dem Abraham sagte, zähle die Sterne am Himmel, wusste Gott genau, wie er Abraham ansprechen musste. Denn Abraham war ein Chaldea. Er konnte das Sternenbild lesen, denn das Sternenbild, der Himmel preist den Herrn. Amen. Der Himmel ist nicht für die Astrologie gemacht. Der Himmel ist für unseren Herrn und Erlöser gemacht. Amen. Im Himmel sehen wir die ganze Evangeliumsgeschichte, geschrieben durch die Sterne. Du musst dir vorstellen, im Alten Testament hatten sie keine Bibel wie wir. Sie konnten nicht das Buch nehmen, es aufschlagen, altes, neues Testament. Nein, Gott sprach in seiner eigenen Sprache, denn die Bibel redet immer unter jedem Zeitalter, unter jeder Dispensation, in ihrer eigenen Sprache. Und bei Abraham als Beispiel war es so, dass Gott ihm eigentlich zeigte, das Evangelium am Himmel und was kommen wird. Die Himmel, die Sterne preisen unseren Herrn. Sie sind gemacht zur Ehre Gottes. Die Psalmen sind voll. Vom Psalmen, wie das die Himmel, die den Herrn loben. Die Psalmen sind voll davon. Denn Gott hat sie ja erschaffen. Amen. Siehst du, der Himmel wurde nicht von der Esoterik erschaffen, sondern von unserem Herrn. Er hat Himmel und Erde gemacht, plus das ganze Universum. Also diese Weisen aus dem Morgenland waren keine Könige, es waren nicht drei, es waren Astronomen aus der chaldäischen Zeit. Und Chaldea war, die Region dort war eigentlich das Zentrum der Astronomie. Man sagt auch geografisch, okay, also geografisch war es ein gutes Zentrum, als da viele hohe Hügel gab, wo man am besten den Sternenhimmel sah. Wo man ihn am besten beobachten konnte. Bis heute, bis zum heutigen Tag, werden die Teleskope und die Horchanlagen, die in den Weltraum hineinhorchen, auf die höchsten, zumindest die Teile von den höchsten Punkten der Erde gebaut, weil man, ich sage es mal so, dort die beste Aussicht hat. Und so ist es auch in der Zeit, wo die Weisen kamen, 400 Jahre lang, 400 Jahre lang, haben sie auf das Zeichen am Himmel gewartet. Und weisst du, wer eigentlich den Ursprung darstellt von dieser Wissenschaft der Astronomie? Daniel. Das Buch Daniel zeigte uns im Alten Testament ganz klar auf, dass Daniel, ein ganz, ganz cleveres Bürschchen, ein ganz kluger Junge, dass er eigentlich diese Vorreiterrolle hatte und eben auch im Buch Daniel wird ja von Christus geweiss sagt. Wir finden so viele Prophetien vom Kommen von Jesus, von der Geburt von Jesus im Buch Daniel. Er war eigentlich der Chief Astronomer, also der Hauptastronome. und durch ihn kamen dann eben auch kamen diese gebildete Leute und diese Generationen, die auf diesen Stern warteten. 400 Jahre lang haben sie darauf gewartet. Und weil sie geübt waren, im Himmelsbild lesen, im Sternenbild zu lesen, weil sie geübt waren, wussten sie, wann diese spezielle Zeit kommen würde. Und deswegen konnten sie diesen Stern, siehst du, wir würden den Stern wahrscheinlich, wir hätten ihn wahrscheinlich übersehen. So, sieht alles aus wie immer, aber sie wussten exakt, das ist neu. Das hatten wir vorher nicht. Einen neuen Stern gefunden, Planet, und dann kommen doch immer diese langen Namen, diese 500-zeiligen Namen, hast du auch schon gesehen in der Wissenschaft, da finden sie einen Planeten und dann gibt es einen langen, langen, langen Namen. Genau das geht zurück in diese Zeit. Sie sehen etwas, was sie vorher nicht gesehen haben. Wir reden hier, Ladies and Gentlemen, wir reden hier von hochgebildeten Leuten. Wir reden hier nicht von zufälligen Königen, die per Zufall im Stall gelandet sind und das Christuskind gefunden haben. Wir reden von hochgebildeten Leuten, die geführt wurden durch eine übernatürliche Manifestation am Himmel und zu Jesus Christus, der Geburt des Messias, des Erlösers, hingeführt wurden. Wir reden von der Wissenschaft der Himmelskörper und der Gestirne. Und jetzt müssen wir eben verstehen, dass der Götzendienst aus der damaligen Zeit hatte einen Namen. Denn die Astronomie kannte auch eine Religion und die Religion der Astronomie war die Astrologie. Beides hat sich bis heute in die gegenwärtige Zeit hinübergezogen. Die Religion der Götzendienst in der damaligen Zeit war die Astrologie. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns, zu verstehen, diese Zusammenhänge. Denn wir sind langsam gehen, wir sind ins Jahresende hinzu. Dein Horoskop kann dir nichts sagen. Folge dem Stern. Folge dem Stern. Denn der Stern ist Jesus. Der Stern hat sie geführt zu Christus. Und meine Botschaft ist heute simpel und einfach. Folge dem Stern, folge dem Morgenstern. Denn dieser Stern ist viel sicherer als jeder andere Stern, auf den du hören könntest. Nein, das ist der einzig wahre Stern, dem wir nachfolgen sollten. Den wir in unserem Herzen Platz machen sollten und der immer nur Gutes für uns will. Dieser Stern kennt kein negatives Horoskop. Dieser Stern kennt keine negative Perspektive, dass du im Juli 2019 das und das passiert. Dieser Stern sagt dir, für dich habe ich Zukunft und Hoffnung geschaffen. Halleluja. Dem Stern zu folgen bedeutet simpel und einfach einer Person zu folgen. Denn Grace has a face Jesus. Und alles andere sind billige Kopien. Alles andere sind billige Kopien von Dingen, die die Menschen geschaffen haben. Und das ist nicht gut. Sondern der Stern ist der sichere Führer. Jesus ist der sichere Führer. Also als kurzes Bild, dass du verstehst, dass diese wird spannend, ist das eine spannende Weihnachtsgeschichte? Absolut. Du kannst es selber nachtippen in einer Bibelübersetzung. Dieses Wort Weisen ist Magoi. Im Zusammenhang versteht man in der Bibelwissenschaft weiss man, wo man die Magois platzieren muss. Weil sprachlich wird das heute als Magier übersetzt, aber man muss es richtig platzieren. Es ist ein Synonym für Astronomen und eben Sternendeuter. 400 Jahre lang haben sie darauf gewartet. Und Christus hat sie geführt. Ist das nicht fantastisch? Christus wird auf der einen Seite geboren und zusätzlich führt sie Christus. Wir werden am Schluss sehen, dass er dieser Stern ist. Denn er hat von sich gesagt ich bin, ich bin. Und wenn Jesus sagt I am, dann ist er das. Dann ist er das. Wir müssen verstehen, nochmals, jede Geschichte in der Bibel, jeder Ort, jeder Name, jede Begebenheit soll auf Jesus hinweisen und auf nichts anderes. Zurzeit läuft am Fernsehen, läuft, weil wir eine TV-Sendung haben, getragen von Gnade, läuft die Serie über den Zweck des Gesetzes. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für fantastische Rückmeldungen wir bekommen. Wegen dieser Serie. Denn der Zweck, der Zweck des Gesetzes Mose, des alttestamentlichen Gesetzes, der Zweck ja sogar der zehn Gebote ist, um auf Jesus hinzuweisen. Um auf Jesus zu zeigen. Der Zweck des Gesetzes war, den Menschen zum Glauben zu führen. Das war der Zweck des Gesetzes. Auf Jesus hinzuweisen, auf Jesus zu zeigen und dann den Menschen preis dem Herrn zu Jesus zum Glauben zu führen. Der Zweck des Gesetzes war nie da, um es einzuhalten. Denn Gott weiss, kein Mensch kann die zehn Gebote halten. Denkst du dann, er gibt etwas, um uns zu strafen oder um uns das Leben schwer zu machen? Nein, der Zweck ist ein anderer. Der Zweck des Gesetzes Mose, der Zweck der Zehn Gebote ist, zu zeigen, der Erlöser kommt, der Messias kommt. Glaube jetzt schon unter dem alten Bund an ihn. Und so wird die Gerechtigkeit angerechnet. Es war niemals gegeben worden, um es einzuhalten, sondern immer um hinzuweisen. Um hinzuweisen auf unseren Erlöser. Siehst du, nur so kann Gnade grösser sein als das Gesetz. Nur so. Und Gnade ist immer grösser als das Gesetz. Zu viele Menschen haben das Gesetz grösser gemacht als die Gnade. Nein, es ist umgekehrt. Gnade ist grösser als das Gesetz. Halleluja. Denn die Gnade bleibt. Und dieses Evangelium, das schon Abraham am Himmel lesen konnte und erkennen konnte, erzählt die Geschichte von Jesus Christus. 1. Mose 15 und Vers 5 sagt Gott folgendes zu Abraham. Er führte ihn hinaus und sprach sieh doch zum Himmel. Sieh zum Himmel bedeutet look up. Und da oben gibt es nur noch eins. Der Himmel. Sieh zum Himmel. Und jetzt sagt er zähle die Sterne. Wir denken jetzt in unserem westlichen Denken, denken wir jetzt hat angefangen 1, 2, 3, 4, nein, den habe ich schon gezählt, 4. Und jetzt sagt er, wenn du sie zählen kannst. Das ist für unser westliches Denken. Aber weisst du, das hebräische Wort zählen ist das Wort Saper und bedeutet eben ebenfalls erzählen. Also nicht nur zählen, 1, 2, 3, 4, 5. Saper bedeutet auch erzählen, wenn ich etwas erzähle. Mit anderen Worten, Gott sagte, schau in den Himmel, schau hoch und erzähle mir, was du sehen kannst. Denn er war ein Kalder. Er konnte, er hatte diese Ausbildung, er kam aus dieser Zeit, wo die Leute gebildet waren, um eben die Sterne erzählen zu können. Und er sagt ihm, erzähle du mir, wenn du es erzählen kannst. Und falls du etwas Mühe hast, Abraham, so soll dein Same sein, das Evangelium. Denn der Same ist Christus. Amen. Aber es gibt doch zwei Samen. Israel ist der natürliche Samen. Das ist die Gleichung Samen am Meer, irdisch natürlich. Aber die Gleichung Sterne am Himmel ist der übernatürliche Samen, ist die Gemeinde, ist Christus als der Same. Denn Paulus sagt im Galaterbrief, als nicht von vielen, sondern als von einem Samen. Der Same ist Christus, denn er führt viele. Halleluja, in die himmlischen Regionen. Er führt viele in die Gemeinde hinein. Der Same, der Beginn ist Christus, das ist die Gemeinde, das ist das Evangelium, das sind die Geretteten, das ist, preis dem Herrn, die Menschen, die zu Jesus Christus kommen und an ihn glauben. Der Same ist immer Christus. Mit anderen Worten, wir können daraus schon bereits erfahren und lesen, dass Abraham wurde ein Proto-Evangelium verkündigt. Ein Vorevangelium. Denn auch das sagt Paulus im Galaterbrief, im Galaterbrief, im dritten Kapitel, sagt er, in Abraham wurde das Evangelium im Voraus verkündigt. Und er hatte nicht Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu lesen. Wie wurde ihm das Evangelium im Voraus verkündet? Wie wurde das Proto-Evangelium dem Abraham verkündet? Schau hoch, sieh das Sternenbild, erzähle mir, was du siehst. Weswegen beginnt der Zyklus bei Virgo? Das ist die Jungfrau. Weil Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Und nach zwölf Monaten hört der Zyklus bei Leo auf. Weil Jesus der Löwe, der Leo von Judah ist, der wiederkommen wird. Halleluja. Ist die Evangeliumsgeschichte und die Geburtsgeschichte von Jesus nicht äusserst spannend? It's amazing. Amen. It's amazing, wie viel wir daraus sehen können und wie wir in die Tiefen Gottes hineingehen können. Das Hebräische für Zählen bedeutet Erzählen. So soll dein Same sein. Abraham wurde klar am Himmel der Same gezeigt, der Same ist Christus. Der Himmel redet von unserem Herrn. Wow! Der Himmel redet von unserem Herrn. Dieser Himmel, dieser Same wird sichtbar und dieser Same ist eine Vorausschau, was passieren wird. Ich habe vorher gesagt, dass der Tierkreis beginnt bei Virgo und Virgo bedeutet Jungfrau. Das ist die Geburt Jesu. Er endet bei Leo, beim Löwen, der Löwe von Judah, der wiederkommt. Der Himmel bildet das Zeitalter der Gnade ab. Blau ist die Farbe von Gnade. Weil Blau ist die Farbe des Sohnes. Nichts ist per Zufall im Hebräischen. Im Hebräischen Gedankengut hat alles eine Bedeutung. Jede Zahl, jede Nummer, jede Buchstabe, jede Farbe, jedes Metall hat eine Bedeutung. Gold steht für göttlich. Okay? Silber steht für Erlösung. Der Stoff Leinen steht für Gerechtigkeit. All das zeigt uns die Bibel auf. Sogar jede Farbe hat eine Bedeutung. Und der blaue Himmel zeugt von der Dispensation der Gnade. Am Sternenhimmel findest du von Geburt bis zur Wiederkunft Jesu. Du findest nicht die Zeit von Mose am Sternenhimmel. Du findest den Samen. So soll, sagte Gott zu Abraham, dein Same sein. Das ist nicht die Dispensation des Gesetzes, die nachher kam. Er konnte vorausschauen, was nach dem Gesetz kam. Denn der Zweck des Gesetzes ist Christus. Amen? Deswegen sagt Paulus, unser Gesetz ist Christus. Wir haben ein Gesetz, das heisst Christus. The law of Christ, das Gesetz Christi. Der Heilige Geist in uns, das ist das Gesetz der Christen. Christ in you, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist die Erfüllung des Gesetzes. Römer 8, Vers 4. Schauen, was es heisst, bezüglich dem Gesetz, bezüglich der Zehn Gebote vom Gesetz Mose heisst es folgendes, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäss dem Fleisch waren, sondern gemäss dem Geist. Im Kontext redet er vom neuen Leben in Christus. Das ist der Kontext von Römer 8. Das neue Leben, die Wiedergeburt in Christus. Schauen wir, was er sagt. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wird. Christus in uns erfüllt das Gesetz. Das Gesetz wird nicht von uns erfüllt. Das Gesetz wird nicht durch uns erfüllt. Das Gesetz wird in uns erfüllt. Halleluja. Pastor Erich, man muss das Gesetz halten, man muss die zehn Gebote halten. Nein, dieses Gesetz ist in uns erfüllt, nicht von uns. That's the gospel. Ist das nicht fantastisch? Er sagt ganz bewusst in uns, in uns, nicht von uns. Aber ich muss das Gesetz erfüllen. Ich muss die möglichst viele Gebote erfüllen, dass ich vor Gott gerecht bin. Ich muss erfüllen von mir, aus mir, nein, in dir. Wie wird es in dir erfüllt? Ja, weil ich innerlich so stark bin. Der Geist ist willig, das Fleisch ist. Und wenn das Fleisch schwach ist, der Geist ist willig, fällt auch der Geist innerlich. Weil dann schläfst du ein. Oh Herr, ich erfülle heute alle meine Gelübde und ich bete die ganze Nacht für Weihnachten. Und um 11.30 Uhr bist du eingenickt wie die Jünger. Und der Herr findet dich schlafen, wenn er wiederkommt. Ja, aber ich war willig. Ja, aber dein Fleisch war schwach. Und weil dein Fleisch schwach ist, ob schon du willig inwendig warst, konntest du nicht erfüllen, weil du bist ja eingeschlafen. Nein, in uns bedeutet Christus in uns, nicht ich in mir. Er in mir ist die Erfüllung des Gesetzes. Nicht, weil ich innerlich dort begehen die Leute die meisten Sünden innerlich. Deswegen ganz spannend von den zehn Geboten wird zum Schluss. Du sollst nicht begehren, denn das spielt sich innerlich ab. Sollst nicht töten, das ist äusserlich. Aber du sollst nicht begehren, das ist innerlich. Das spielt sich innerlich ab. Und sei du einfach froh, dass niemand einen Flatscreen an der Stirne hat. Und du seine Gedanken alle würden heute hier sitzen, wie in einem Science Fiction und alle hätten einen 0,5 Zoll auf 0,2 Zoll Flatscreen an der Stirne und es würde jedes Mal abbilden, was du denkst und welche Bilder du im Kopf hast. Was denkst du, wäre das für eine Gemeinde heute Morgen hier? Gewisse Dinge wären dann FSK ab 18 Jahren plus. Die grössten Sünden gehen innerlich ab. Amen? Wie willst du sagen, ich will innerlich das Gesetz erfüllen, wenn die grössten Probleme sich innerlich abspielen? Nein, Christus in uns. Gnade ist grösser als Sünde und Verfehlung. Christus in uns ist das perfekte Spiegelbild von Gott und das ist, was uns gerecht macht. Das ist, was das Gesetz erfüllt, weil Jesus hat das Gesetz als einziger Mensch gehalten. Er hat gesagt, er denkt ja nicht, ich bin gekommen, um es aufzuheben oder aufzulösen, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Jesus hat es bis aufs i-Tüpfelchen, das nennt er ja, sagt er ja, hat er es gehalten. Bis aufs letzte Jotta, das ist das i-Tüpfelchen, hat er es gehalten. Und dieser Standhalter ist in uns. Amen. Lass den Standhalter regieren in dir. Jedes Mal, wenn diese Gedanken kommen, ich bin nicht würdig, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, halte dich an den Standhalter. Halte dich an dem fest, was an dir drin schon festgehalten wird, durch Gottes übernatürliche Kraft. Amen. Halte dich an ihn, der in dir ist. Und das ist, auf ihn schauen, das ist nach dem Geist wandeln und nicht nach dem Fleisch. Die meisten Leute denken, was bedeutet nach dem Geist wandeln? Was bedeutet nach dem Fleisch wandeln? Die meisten Leute denken, nach dem Fleisch wandeln, das sind sexuelle Sünden. Das ist das typische Fleisch. und nach dem Wandeln, das ist das Fleisch. Und nach dem Geist wandeln ist zum Beispiel immer in Zungen betend 24 Stunden am Tag. Das hat nichts damit zu tun. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Am äussersten Rand vielleicht. Nein, im Geist wandeln bedeutet immer auf den zu schauen, der in dir ist. Denn in mir ist grösser der als der der in der Welt ist. Auf Christus zu schauen, der in dir, auf das Kreuz zu schauen, was er vor 2000 Jahren am Kreuz für dich erworben hat, erwirkt hat, die Schönheit seiner Person zu sehen und die Vollkommenheit seines Werkes. Das ist im Geist zu wandeln. Weg unsere Augen, weg von uns selbst, weg von uns und unserer Leistung, denn das wäre im Fleisch wandeln. Die Augen weg von uns selbst und immer wieder auf Christus ausrichten, immer wieder auf Christus schauend. Das ist das, was Paulus sagt. Schaut immer wieder auf ihn, haltet ihn fest, male dir Christus vor Augen. Looking to Jesus is walking in the Spirit. Amen. Auf Jesus zu schauen, ist im Geist zu wandeln. Und im Fleisch zu wandeln, ist auf seine eigene Stärke zu vertrauen. Im Fleisch zu wandeln, ist auf seine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, die versagen werden. Das ist im Fleisch, walking in the flesh. Und all das, das sich dann abspielt, bis zum äussersten, was ich vorher erwähnt habe, das ist vielleicht der äusserste Bereich von im Fleisch wandeln. Aber wir schauen zu fest auf uns. Das ganze christliche Leben kennt einen Schlüsselgedanken, Christus vor Augen haben. Amen. Das ist der Schlüsselgedanke. Immer wieder Christus zu sehen, auf ihn zu sehen, auf seine Worte zu sehen, die er zu uns gesprochen hat, auf die Lieblichkeit seiner Person zu schauen und auf die Vollkommenheit seines Werkes am Kreuz. Denn am Kreuz hat er uns alle unsere Sünden vergeben. Vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Halleluja. Alle unsere Sünden, auch alle, die noch kommen werden, sind am Kreuz vergeben. Auf das zu schauen, ist die Komplettheit und Vollkommenheit seines Erlösungswerkes. Wow. Ich garantiere dir, so bist du viel schneller wieder auf den Beinen. Denn wir alle fehlen. Siehst du, wir alle fehlen und fallen. Und die Pastoren sind da mit drin. Und die Pastorenfamilien sind da mit drin. Amen. Denkst du, wir sind perfekt? Wir sehen nur perfekt aus. Schön geschminkt und schöner Anzug. Das ist nur das Äussere. Sieht perfekt aus. Nein, wir sind nicht perfekt. Aber Christus ist perfekt. Amen. Und das ist das Wunderbare. Und Menschen, die diese Offenbarung haben, dass sie selber nicht vollkommen sind, nicht perfekt sind, aber dass sie einen perfekten Erlöser haben, sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Denn so, siehst du, meine Vorsätze habe ich schon längst aufgehört fürs neue Jahr. Oh, du weisst wie das ist. Gott, ich verspreche dir, ich verspreche dir, auf ein Neues. Ich sauf nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich verspreche dir das alles. Du weisst wie diese Vorsätze sind. Come on. lass dich von innen heraus verwandeln und verändern. Denn Jesus in dir zeigt dir schon, wenn er findet, hey, das gehen wir zusammen an. Let's change this. That's the Holy Spirit. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Let's change this. Ich meine, das war, da gibt es so viele individuelle Aspekte in unserem Leben, so viel individuelles. Okay? Jeder hat individuell etwas im Leben, das er verändern könnte. Aber genau das ist auf den Geist zu schauen. Mit seiner Hilfe kommt wahre Verwandlung. Mit seiner Hilfe. Okay? Und deswegen, ich gehe nicht ins neue Jahr hinein mit Vorsätzen. Ich gehe ins neue Jahr hinein anbetend. Mit Jesus in the New Year, im neuen Jahr, wirst du grösser in meinem Leben als ich. Noch mals ein Jahr grösser, nochmals ein Jahr mehr. Denn du, Herr, musst zunehmen, ich muss abnehmen. Das ist mein Vorsatz. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Amen. Preis dem Herrn. Geh so rein und das hilft sogar. Yep. Ja, wirkt. Es wirkt. Bekenne, du musst zunehmen, ich muss abnehmen. Das richtige Bekenntnis. Früher oder später nimmst du ab. Amen. Auch hier. Früher oder später passiert es. Then you have what you say. Amen. Du hast, was du sagst. Jesus sagt, alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und vorher sagt er, wenn du zu ihm geschehen wird, dann wird er das haben, was er sagt. You have what you say. Was ist die Strategie, um Gewicht zu verlieren? Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Amen. Come on, all die vergangenen 10, 20 Jahre haben ja nicht wirklich funktioniert. Oder die Bananen Strategie, die Joghurt Strategie, all diese Dinge haben ja irgendwie so vielleicht in sechs Monate funktioniert und dann ging es schupp. Freundin verloren, schupp. Freund verloren, schupp. 30 Kilo mehr. Come on, that's real life, oder? Für eine Zeit hat es funktioniert, aber nicht so richtig andauern. You have what you say. Du hast, was du sagst. Markus 11, 23. You have what you say. Und vielleicht anfänglich verbrennst du nicht Kalorien, ausser du sagst es 100.000 Mal im Tag, dann schon. Aber mit der Zeit wird ein inwendiger Mensch mit dem Bekenntnis, dass du sprichst, übereinstimmen und dann wirst du automatisch aufhören, noch diese Portion zu nehmen und dieses Glas nochmals einzuschenken. Come on. Amen. Im neuen Jahr werden Leute abnehmen. No joke. No kidding. Und du schickst uns das Zeugnis, wenn das passiert ist. Im neuen Jahr werden Leute abnehmen. Nicht, weil sie es versucht haben, sondern weil sie auf ihn schauen. Amen. Und wenn du nicht abnimmst im neuen Jahr, don't stress. Weil du bist too blessed to be stressed. Amen. Auch wenn du nicht abnimmst im neuen Jahr, wie kommen wir auf all das, ich sollte über den Stern nachfolgen reden. Wenn du nicht abnimmst, die andere Art des Weihnachtsgottesdienstes, wenn du nicht abnimmst, wenn du nicht abnimmst, don't stress. Amen. Der Herr ist mit dir und er wird dir helfen, just keep on confessing. Halte das Bekenntnis aufrecht. Auch wenn es nicht gleich nach fünf Monaten ein Resultat zu erhält, halte das Bekenntnis aufrecht. Amen. Man isst, was man isst und man isst, was man spricht. Wenn du die ganze Zeit negativ über dich redest, passieren negative Dinge. Erwarte das Beste, denn du hast kein Horoskop mehr, du hast den Stern. Amen. Du brauchst nicht zu schauen, was dein Tierkreis sagt, fürs neue Jahr, du brauchst nicht die Illustrierte zu lesen, fürs neue Jahr, du brauchst einfach nur auf Jesus zu schauen. Follow the Star. Halleluja. Hab mir Spass heute. So soll das sein. Amen. Der Retter ist geboren. Halleluja. Alle sagen, der Retter ist geboren. Halleluja. Let's have fun. Amen. Let's have fun. Glory. Zum Schluss. Zum Schluss. Weil heute ist ja Gäste Gottesdienst, wir sollen das nicht so lange ziehen. Ich möchte dir eine wunderbare Stelle zeigen, und zwar aus dem Buch der Offenbarung. Und zwar die Stelle von Offenbarung 22 und zuerst Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Okay, das ist ich, Jesus. Ich habe euch gesagt, ich bin. Die Wurzel und der Spross Davids, I am. Wenn Jesus sagt, I am, ich bin, ist das ein Statement. Denn das, was er ist, das wird er auch tun. Also sind sie Jesus nachgefolgt. Ich bin der leuchtende Morgenstern. Und siehst du, wir haben hier drin diese Bestätigung von unserem Herrn, dass er der Stern ist. Er ist der Morgenstern. Das ist die Venus, die vor der Sonne am Morgen aufgeht. Das ist der Morgenstern. Das erste helle Gestirn sozusagen am Himmel, das erste helle Licht, bevor das Tageslicht anbricht, ist Jesus. Denn siehst du, wenn wir im Vers 17 noch lesen, heisst es hier im Zusammenhang, und der Geist und die Braut sprechen. Und wenn immer das kommt, der Geist und die Braut, die Braut ist die Gemeinde, er ist der Bräutigam. Jesus ist die Braut. Komm. Wenn immer das heisst, dann wird die Entrückung angesprochen. Der Geist und die Braut sprechen. Siehst du, und falls wir nicht sprechen würden als Church, komm Herr Jesus, Maranatha, falls wir nicht, dann spricht es immer noch der Geist. Und wenn dann immer diese Vers in der Bibel kommt, wird die was? Die Rapture, die Entrückung angesprochen. Jesus holt seine Braut ab zum Hochzeitsfest. Und wer es hört, der spreche, komm. Okay, lassen wir uns das mal sagen. Komm. Und wenn der, wenn der dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist ein Vers für die Church, für die Gemeinde. Weil das spricht er hier auch an. Der Morgenstern ist ein Bild für die Braut. Das ist der, das letzte Kapitel in der Bibel. Noch ein paar Verse und dann endet die Bibel. Mit anderen Worten, am Schluss der Bibel wird der Morgenstern angesprochen. Und das ist das Neue Testament. Das Neue Testament endet mit der Braut, mit der Gemeinde. Mit komm, Herr Jesus, komm. und für die Braut ist nur eins relevant, Entrückung. Das ist das Kommen für die Braut. Und das ist der letzte Vers in der Bibel. Der letzte Vers im Alten Testament, lass es mich so ausdrücken, im letzten Kapitel des Alten Testaments, spricht der Herr von der Sonne der Gerechtigkeit. Und das ist ein Bild für Israel. Die Sonne der Gerechtigkeit, Son of Righteousness, ist ein Bild für Israel und das tausendjährige Reich. Über ihr, über Israel wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Halleluja. Das ist die Dispensation des Millenniums, des tausendjährigen Reiches. So schliesst das Alte Testament. Für Israel kommt er als Sonne der Gerechtigkeit wieder. Aber für die Braut kommt er als Morgenstern. Was kommt vor dem tausendjährigen Reich? Die Entrückung. Was kommt vor der Morgensonne? Der Morgenstern. Das nächste, was passiert, ist die Entrückung der Braut. Halleluja. Das ist das nächste, die nächste Event. Der nächste grössere Event ist die Entrückung, der passieren wird. Und deswegen ist Jesus der Morgenstern, denn er scheint und geht auf vor der Morgensonne. Morgensonne ist für Israel, Morgenstern ist für die Gemeinde. Die Entrückung findet zuerst statt und dann kommt das tausendjährige Reich. Amen. Was für eine wunderbare Offenbarung uns Jesus hier gibt. Er sagt, ich bin, ich bin, der Morgenstern. Spross und die Wurzel Davids. I am, ich bin. Halleluja. Und weil es so spannend ist, weil es so spannend ist, werden wir nächsten Sonntag, weil es der letzte Sonntag in diesem Jahr ist, wir brauchen keine Horoskope für das neue Jahr. Wir brauchen Christus für das neue Jahr. Und ich werde dir, du kannst mir das Bild zeigen, nächstes Mal, das ist nur ein Teaser, nur eine Vorausschau. Wir werden nächstes Mal das Evangelium am Sternenhimmel betrachten und die drei Abschnitte von seinem ersten Kommen, vom Zeitalter der Gnade und von seinem zweiten Kommen. Der Tierkreis wird in der Bibel beschrieben, der Zodiak wird in der Bibel beschrieben. Es ist keine Erfindung der Esoterik. Es ist eine Erfindung Gottes. Wer hat es erfunden? Nicht mal Ricola. Aber dieses Mal hat es Gott erfunden. Amen. Okay, weg mit dem Bild, sonst sind alle, wie wollen wir die Predigt jetzt hören. Nein, heute sprechen wir über Follow the Star, muss nächstes Mal wiederkommen, wenn du diesen zweiten Teil hören willst, weil das Zeitalter der Gnade, so soll dein Same sein. Nochmals, was ist die Verheissung? So soll, er schaut die Sterne, die Magoi, halten Ausschau nach den Sternen. So soll der Same sein. Was sehen sie in den Sternen, die Magoi? Der Same, den Samen. Jesus, Gott sagte zu Abraham, so soll dein Samen sein. Dieser Sternenhimmel beschreibt die letzten 2000 Jahre des Zeitalters des Samens. Grace. Amen. Der Zeitalter der Gnade.